Herzlich willkommen zu dieser kleinen Festveranstaltung. Wenn Sie ins Programm schauen, bin ich der Dritte, der redet. Deswegen eröffne ich jetzt nur den Reigen der Grußworte. Als erstes Begrüßungswort und Grußwort Frau Dr. Kreuz-Gers vom Ministerium, dann Herr Kremers und dann schleiche ich mich selbst noch einmal ans Pult. Bitte schön. Lieber Herr Professor Rudinger, meine sehr verehrten Damen und Herren, zehn Jahre sind ein im Vergleich zur Universitätshistorie zwar kurzer, aber in dieser Angelegenheit durchaus jubelslebenswürdiger Zeitabschnitt. Zehn Jahre ist nach meinem Empfinden in etwa der Zeitraum, in dem die systematische Qualitätssicherung und mehr noch der Begriff des Qualitätsmanagements hierzulande Einzug in den Hochschulbereich gehalten haben. Sie, lieber Herr Rudinger, waren damit einer der, wie es so schön neudeutsch heißt, Trendsetter einer Bewegung, die, da bin ich mir sicher, mehr als eine nur vorübergehende Modeerscheinung ist. Qualitätsmanagement in Hochschulen ist unverzichtbar, aber noch keineswegs überall etabliert und konsentiert. Das heißt, wir müssen noch einiges dazu tun, um die Verfahren der Qualitätssicherung zu konsolidieren, sicherlich auch effizient zu gestalten und das Verständnis hierfür zu fördern. Dabei müssen wir uns auch fragen, warum der semantisch doch so positiv konnotierte Qualitätsbegriff gerade im Hochschulbereich manche Aversionen hervorruft. Dafür gibt es nach meinem Dafürhalten recht verschiedene, ebenso profane, wie allerdings auch nachvollziehbare Motive. Qualitätsmanagement verursacht einen nicht geringen Aufwand. Damit werden Ressourcen gebunden, die man nach individuellem Ermessen an anderer Stelle vielleicht sinnvoller oder zweckmäßiger verortet. Sehen mag, etwa in der Forschung. Wasser auf den Mühlen der Kritiker ist es, wenn der Nutzen bzw. der Erfolg nicht oder nicht so gleich erkennbar ist und wenn die für Qualitätssicherung benötigten Ressourcen aus der vorhandenen Substanz geschnitten werden, also umverteilt werden müssen. Wir werden klarmachen und ganz praktisch dafür Sorge tragen müssen, dass Qualitätsmanagement einen Mehrwert bringt und der Institution langfristig nützt. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat über sehr lange Jahre im Bereich der Qualitätssicherung dies nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützt. Dazu ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Verfahren und Gegenstände der Qualitätssicherung so aufeinander abgestimmt werden, dass Synergien genutzt und eine pathologische Evaluitis weitgehend vermieden werden. Das ist keineswegs trivial und es bedarf der wissenschaftlichen Reflexion, wie wir sie im ZEM ganz selbstverständlich verankert sehen. Ein weiterer Ablehnungsgrund beruht auf einem, wie mir scheint, Qualitätsmissverständnis. Wissenschaft gilt per se als qualitätsvoll. Schließlich sorgt sie dafür, dass wissenschaftliche Wahrheiten von Unwahrheiten geschieden und damit neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorgebracht werden. Aus diesem Grund, mag man meinen, brauche es auch keine Qualitätssicherung im Wissenschaftssystem, jedenfalls im engeren Sinne. Sie ist immanent darin angelegt, auch wenn gewisse Mangelzustände nie ganz auszuschließen sind. Denken Sie nur, und hier zitiere ich einmal Luhmann, an die, Zitat, durch keinen Misserfolg zu entmutigende Prognosetätigkeit der Wirtschaftswissenschaften. Ich kann das sagen, weil ich gehöre zur Profession. Nicht selten werden ja auch bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse vom vorherrschenden Paradigma unterdrückt, bis sie am Ende einen Paradigmenwechsel herbeiführen und einer neuen Qualität des Wissens zum Durchbruch verhelfen. Aus dieser Systemeigenschaft von Wissenschaft wird nun auf Hochschulen als institutionellen Träger von Wissenschaft kurzgeschlossen. Alles, was Hochschulen tun, kann man unterstellen, sei per se qualitätsvoll. Sie, meine Damen und Herren, sind sicherlich mit mir der Auffassung, sonst wären Sie nicht hier, dass das von vornherein und a priori nicht der Fall ist. Wissenschaft kann im Wege der Selbstauseinandersetzung nur für die Qualität wissenschaftlicher Aussagen bürgen, aber nicht zwangsläufig für die Qualität der Strukturen und Prozesse von Organisationssystemen wie Hochschulen. Es ist nun nicht ausgeschlossen, dass selbst an einer schlecht gemanagten Hochschule mitunter sehr gute Wissenschaft betrieben wird. Andererseits kann und sollte ein Qualitätsmanagement neben vielen anderen Adressaten und Sachverhalten auch positive Auswirkungen auf die Wissenschaft haben. Dieser Aspekt gewinnt mit der organisationalen, mein Gott, Verdichtung von Forschung immer mehr an Bedeutung. Organisationale Verdichtung, wie wir sie beispielsweise über die Exzellenzinitiative sehen, den großen Drang und sozusagen das Qualitätskriterium der Vernetzung über Institutionen mit institutionellen Grenzen und geografischen Verortungen hinweg. Immer mehr Forschung findet in diesen Verbünden statt und setzt die Allokation entsprechender Ressourcen und die Sicherung eigenen effizienten Supports voraus. Dabei geht es um Leistungsprozesse des Organisationssystems Hochschule und nicht nur des Wissenschaftssystems als Ganzen. Je effizienter und je effektiver diese organisiert sind, desto mehr kann sich die eigentliche Wissenproduktion davon nutzen, ziehen und profitieren. Qualitätsmanagement im guten Sinne nützt also der Wissenschaft selbst und nicht nur denen, die sich damit beschäftigen. Dabei habe ich einen zentralen Aufgabenbereich von Hochschule noch gar nicht angesprochen, nämlich den von Studium und Lehre. Das Hochschulstudium ist nicht zwangsläufig, weil es in einer Hochschule stattfindet, qualitativ hochwertig und effizient organisiert. Es muss sich immer wieder sozusagen darum bemühen und seine eigenen Strukturen und Prozesse überprüfen. Kurzum, auch gute Wissenschaft an einer Universität bürgt noch nicht für eine qualitätsvolle, zielführende und effiziente Hochschulbildung und schließlich auch Berufsvorbereitung. Studium und Lehre liegen vielmehr komplexe, organisatorische, konzeptionelle und didaktische Arrangements zugrunde und deren Erfolg ist nicht selbstverständlich. Ich habe allerdings den Eindruck, dass das Wissen darum und die Bereitschaft, sich dieser Herausforderung zu stellen in den letzten Jahren, enorm angewachsen ist und habe eigentlich wenig die Sorge, dass aus dem Sich-Kümmern um die Exzellenz in der Forschung eine Vernachlässigung der Lehre folgt. Hier genau muss das Qualitätsmanagement einer Hochschule aufsetzen und Qualitätssicherung als lernendes System implementieren, denn die Bedingungen und Anforderungen, die insbesondere die Gesellschaft an Hochschulen stellt, sind ständig im Fluss. Sie müssen verstanden und kontinuierlich zielführend aufeinander abgestimmt werden. Das ZEM hat dazu und leistet dazu einen wichtigen Beitrag, nicht nur an der Universität Bonn, sondern weit darüber hinaus. Dafür möchte ich allen, insbesondere Ihnen, Herrn Professor Rudinger, an diesem ZEM und an seiner Außenwirkung und Innenwirkung in die Universität Bonn hinein mitgewirkt haben, im Namen meines Hauses den herzlichen Dank ausrichten. Haben Sie vielen Dank. Applaus Sehr geehrte Frau Dr. Kreuz-Gers, lieber Herr Kollege Rudinger, Verehrter Herr Präsident Ihnen, liebe Rektoratskollegen, meine Damen und Herren, es ist mir eine außerordentliche Freude, Sie hier im Namen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu unserem kleinen Jubiläum, zehn Jahre ZEM, herzlich begrüßen zu dürfen. Das Jahr 2009 ist ja nun vor unser aller Augen und in unser aller Ohren ein deutsches Jubiläumsjahr, 60 Jahre Bundesrepublik, 20 Jahre Mauerfall, übrigens auch 20 Jahre Uniklub. Das Richtfest war im Oktober 1989 genau gesagt und passenderweise eben auch dieses kleine Jubiläum. das wir heute begehen. Natürlich wird man es nicht in die Reihe Gründung der Bundesrepublik, Herr Rudinger, und Mauerfall stellen können, aber ich denke, es gibt beim zehnjährigen ZEM-Jubiläum ausreichend Grund zum Feiern und nicht zu vergessen auch ausreichend Grund für ein wenig Stolz auf das Geleistete. Erlauben Sie mir daher, dass ich den Dank, der sonst oftmals am Ende von Großworten steht, wie Ihr Dank an Herrn Rudinger aus Sicht und in Adresse Ihres Hauses, dass ich diesen Dank jetzt an den Anfang ziehe und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZEM diesen eben auch ausspreche, im Namen des Rektorats. Also im Namen der gesamten Hochschule eigentlich herzlichen Dank und eben solche Glückwünsche und für Ihre wertvolle Arbeit auch in Zukunft alles Gute. Allen voran natürlich Herrn Kollegen Rudinger, dessen Name schon fast synonym mit dem das ZEM steht. Als ehemaliger Kohabitant oder als ehemaliger Kohabitant Herr Rudinger der Römerstraße 164, unseres AVZ 3, sind wir uns natürlich häufiger über den Weg gelaufen. Wir waren gemeinsam längere Jahre, also über vier Jahre, über viereinhalb Jahre hinaus, Dekane. Bei Ihnen war es eine noch längere Amtszeit als bei mir. Wir haben uns auch fachlich und persönlich ein wenig kennengelernt. Also mein Interesse an der Psychologie sei ja mal einfach auch verbunden mit dem Fach, das ich vertrete, der Informatik oder der künstlichen Intelligenz. Als Laie, der also so gerade einmal den Ortau Montada kennt in der Entwicklungspsychologie, hört es schon auf. Also dass wir hier einen sehr anerkannten Kollegen aus der Psychologie in unseren Reihen wissen. Und das macht ja stolz, wenn man ein solches Standardwerk, das in der zigfachen Auflage erschienen ist, wie eben Ortau Montada, die Psychologinnen und Psychologen hier, kennen den natürlich, wenn man da als, ich weiß nicht, Kapitel 44, dann eben auch etwas aus quantitativen Methoden, empirischen Methoden, von Herrn Rodinger liest, der dieses besagte Kapitel geschrieben hat, Thema Strukturgleichungsmodelle. Also jetzt mal ein fachliches Wort, der mir erlaubt an dieser Stelle. Das ist ein Thema, das Herr Rodinger schon sehr lange beschäftigt hat und für das er also hohe Anerkennung genießt, dass er also auch einen festen Bestandteil des Faches empirische Methoden in der Psychologie, gefürchteter Teil des Psychologiestudiums und wichtige Eingangsschwelle in dasselbe darstellt, gemeinsam mit den Panelmodellen, die sie sehr beschäftigt haben. Und also solche Stichworte wie Reliabilität und Stabilität, die haben ihn ja schon lange umgetrieben und das sind auch, wenn man sich mit Längsschnittstudien, Longitudinal Research befasst, wie Herr Rodinger dies tut, sind das die großen Herausforderungen an die empirischen Methoden. Wie kann ich denn überhaupt Längsschnitte machen in einer sich so rasant verändernden Welt? Ich habe doch ganz andere Anfangsbedingungen, als ich dann am Ende, wenn ich über Längsschnitte reden will, vorfinde, wie nehme ich denn dieses Thema Change und das beschäftigt ja auch den heutigen Kongress, wie nehme ich das denn eigentlich auf? Das sind also spannende Fragen und also ich will damit andeuten, wenn hier steht, wir machen Forschung, dass das eine hervorragende Wurzel hat, dass das auch eine gegenwärtige Herausforderung darstellt und will damit aber nicht kleiner machen, die Verdienste, die sich das ZEM auch im Bereich eben Lehre, auch eigener Lehre insbesondere in der Weiterbildung, es gibt einen Weiterbildungsmaster, gerade zu diesem Themengebiet, erworben hat und weiter erwirbt. Also und dann natürlich die Praxis. Das ist natürlich das Bewährungsfeld oder das ist eine hohe Diversität von Bewährungsfeldern. Die Praxis, die beinhaltet ja so spannende Themen wie Studien anzustellen über Programme zum Verkehrsverhalten von Senioren beispielsweise. Also gemeint ist natürlich der Straßenverkehr, das war ein Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen in Köln, uns hier benachbart. Also eine große Spanne, bis hin zu den sehr theoretischen Fragen, die dann eben ihre Korrespondenz in der Praxis und das ist das Thema Change Management, wie gehe ich damit um beispielsweise oder auch in den Hochschulen, wie gehe ich mit dieser stürmischen Entwicklung in der Weise um, dass ich also auch unterstützend als Sterbstelle, die das ZEM ja ist, und als Serviceeinrichtung, als die sich das ZEM versteht, wie gehe ich mit dieser großen Herausforderung um. Also seit der Gründung des ZEM im Jahre 99 erinnere ich mich noch recht gut, ich war damals also zehn Jahre jünger und war Vorsitzender der Fachgruppe Mathematik, Informatik und hatte, ich weiß auch noch ziemlich genau, was ich um diese Zeit getan habe, vor zehn Jahren, das ist jetzt mal die Frage, die man sich vorlegt, wo war ich denn beim Mauerfall und so weiter, vor zehn Jahren jedenfalls, war ich beschäftigt mit den Auswirkungen des Qualitätspaktes auf unsere Fachgruppe Mathematik, Informatik. Wir haben es also einigermaßen überstanden, aber ich stelle mir vor, lieber Herr Lutz, Sie können das noch sehr viel klarer auch rückblickend fassen, dass dieses Jahr 99, dass das Aufkommen des Qualitätspaktes dann eben auch als eine Reaktion, wir greifen auf eine wichtige Ressource, wissenschaftliche Ressource unserer Universität zurück, also keine zufällige Synchronität darstellt, sondern schon eben absichtsvoll. Ja, also das ZEM hat sich doch einen Ruf erarbeitet, der auch ganz offenbar über die Grenzen Bonns längst hinausgeht. Nicht umsonst ist die Universität gewissermaßen nur noch ein Kunde unter vielen, das ist auch eine Sichtweise, Kunde unter mehreren, wenn auch vielleicht oder hoffentlich der wichtigste. Die externen Auftraggeber können sich jedenfalls sehen lassen, vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft bis hin zum Deutschen Hochschulverband und der KMK. Die Bedeutung des ZEM, ich hatte es schon angesprochen, für die Universität lässt sich vielleicht allein schon daraus ablesen, dass das Zentrum dem Rektorat direkt unterstellt ist, beigestellt ist. Und in der Tat, Evolution und Qualitätssicherung sind Themen, die für ein modernes Hochschulmanagement unabdingbar sind. Das ZEM ist in dieser Hinsicht sozusagen einer der wesentlichen Sensoren, also nicht nur Sensoren, da ist ja das Umfragezentrum, also diese wichtige Infrastruktur, die in diesen Jahren entstanden ist und die ich also jetzt an dieser Stelle auch noch dankend loben möchte, sondern da ist auch die Analyse. Das sind Methoden in beider Richtungen, die für uns wertvoll sind, eben auch wertvoll für die Kunden innerhalb der Universität oder die nachgeordnete Mittelmanagement, lieber Herr Mohr, Prodekan aus der Matnat-Fakultät, zu dem ich ja also bislang oder bis vor kurzem auch noch gehört hatte als Dekan. Ohne solche Sensoren und ohne solche Beistellung auch von Analysemethoden wissenschaftlich verankert, abgesichert, kann eine Universität, zumal in Zeiten ständiger Reformen und Umbrüchen kaum erfolgreich geführt werden. Lieber Herr Rudinger, eines sei noch angemerkt, die Redner des heutigen Tages seien auch noch mal sehr herzlich und ganz besonders begrüßt von mir. Das Wort Symposium kommt ja vom griechischen Symposium. Es beschreibt eine gesellige Zusammenkunft, auf der Wein getrunken wird. Es ist jetzt zwar erst kurz nach zehn am Vormittag, aber wir sollten diesen Punkt später vielleicht noch einmal genauer erörtern. In diesem Sinne danke ich Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und erhebe mein imaginäres Glas auf das Wort des ZEM. Ein erfolgreiches Symposium. Eigentlich wollte ich als Dritter ja jetzt auch noch was sagen, aber das verschlägt mir ja fast die Worte, die Sprache. So viel des Lobes gleich am Anfang. Tausend Dank dafür. Verehrte liebe Frau Kreuz-Gers, noch einmal als Vertreterin des Innovationsministeriums, sehr geehrte Mitglieder des Rektorates, also liebe Kollegen Krämers, tausend Dank. Gieselmann, Pro Rektor Gieselmann ist ja auch unter uns. Lieber Kanzler Dr. Lutz, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Partner des ZEM, einige sehen Sie auch an der von Herrn Kremers ja schon erwähnten Tafel. Meine Damen und Herren und liebe Zemlinge, heute am ersten Tag nach der Eröffnung der diesjährigen Karnevalssession darf ich Sie ganz herzlich zum ZEM-Jahre-10-Jubiläum begrüßen. Jetzt wird es also ernst. Der Slogan ZJ, ZJ zur Vermarktung für das heutige Ereignis, diesen Slogan konnte ich leider nicht etablieren, obwohl vielleicht, ja, weil ich mich dabei an GZ, SZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, beziehungsweise DSDS, Deutschland sucht den Superstar, orientieren wollte. Sodass das also vielleicht zu wenig seriös war. Wie dem auch sei, zehn Jahre ZEM also, Zentrum für Evaluation und Methoden, Forschung und Beratung, so der Titel eines Buches, Reklame muss sein, dieses hier, was Sie draußen finden und wie der Rheinländer sagt, jetzt küttet, was Sie als Geschenk und Erinnerung und natürlich auch zur Lektüre mitnehmen dürfen. Solange der Vorrat reicht. Also, dieses Buch, Forschung und Beratung, sei für Sie dort draußen mit Dank auch an den Verlag Vandenhock und Ruprecht, der ja einen Stand hat, wo eben die Reihe Bonn University Press auch zum Besten gegeben wird. das so dort zur Verfügung gehalten wird. ZEM, Z für Zentrum, das ist ja noch okay, zumal Zentrum im Sinne des Mittelpunktes ja ein durchaus positiv konnotierter Begriff ist, in der Politik genauso, wie wir gehört haben, wie im Bonner Rektorat. ZEM, M, für Methoden, ist sicher auch noch akzeptabel, mehr als das, wie wir gerade gelernt haben, sind es doch die entsprechenden Methoden, welche hehre Wissenschaft vom schnöden Alltagshandeln unterscheiden. Und sind es doch die je spezifischen Methoden, das heißt, die nach- beziehungsweise Vorgehensweisen, welche aus perspektivischem Aspekt heraus zum Forschungsgegenstand die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gar konstituieren. ZEM, E für Evaluation, musste das denn wirklich sein? Elektronisch wäre doch auch gegangen. ZEM, Zentrum für elektronische Musik, gibt es, hat das ja so gemacht. Es gibt zu diesem E seit den zehn Jahren der Existenz des ZEM an dieser unserer Spitzenuniversität mit geschliffenen Argumenten sofistizierteste Diskussionen wie zum Beispiel Evaluation haben wir schon gemacht, als Sie, gemeint das ZEM, vielleicht ja sogar ich persönlich, noch gar nicht wussten, wie das geschrieben wird. So ein ansonsten und anderweitig eigentlich exzellenter Kollege, von dem ich bis dahin gar nicht wusste, dass er doch schon so alt ist, denn auch vor der Existenz des ZEM hatten wir schon 1969 im Auftrag eines Kultusministeriums evaluiert. Evaluation also, ein internationaler über das französische Évaluer, Abschätzen, Berechnen und Englische zu uns gelangter Begriff. Natürlich aus dem Lateinischen Valere, stark sein, gesund sein, kräftig sein, Einfluss, Macht, Bedeutung haben, zur Geltung gelangen, im Stande sein Vermögen auf etwas abzielen, nicht unwichtig bei Evaluation, letztendlich Wert sein, vor allem bezüglich des Geldes und von Nutzen sein. Da haben wir es also wieder. Ein Student fragte Euclid, den ersten Dekan des Fachbereichs Mathematik, an der Universität zu Alexandria, was ihm denn die Mathematik nutze, die erlerne. Am Schluss der Vorlesung wandte sich Euclid seinem Sklaven zu, da sind heute wohl die Assistenten oder so, und befahl, gib dem Jungen eine Münze, da er doch aus allem, was er lernt, Nutzen schlagen will. Der Student wurde so dann ausgeschlossen. So viel zum Paradigmenwechsel, was Evolution und so weiter angeht. Ohne jetzt den Vorträgen vorgreifen zu wollen, Evaluation ist aber erst einmal die systematische Untersuchung und Analyse eines Gegenstandes im Hinblick auf Praxis. Dabei soll natürlich durchaus Nutzen oder Wert des Gegenstands mit erfasst werden. Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen müssen, wie in jeder Wissenschaft, und ich betone hier bewusst Wissenschaft, nachvollziehbar auf empirisch gewonnenen qualitativen beziehungsweise quantitativen Daten beziehungsweise empirisch prüfbaren Hypothesen über Wirkungsweise, Wirksamkeit und Wirkungszusammenhängen beruhen. Wenn man das so hört, könnte man natürlich kritisch einwenden, was auch getan wird, dass hier auf der Basis eines fast irrationalen Glaubens an einen von Menschen rational beeinflussbaren Fortschritt gearbeitet wird, wie dies im Utilitarismus Bantam und John Stuart Mill und Pragmatismus Dewey, James und Peirce gegeben scheint, den geistigen Wurzeln moderner Evaluation, by the way. Aber es war schon Aristoteles, der die empirische Nutzenbestimmung zur Bewertung und Überprüfung auch von Herrschaftsstrukturen und Staatsformen forderte. Also, das Verteilen von Blättern, auf denen ein paar Fragen die Lehre ersetzen, zu denen die Lehre ersetzenden PowerPoint-Präsentationen oder zur Krawatte des Dozenten stehen, ist noch keine Evaluation. Es sei denn, man hält nach einem anarchischen Wissenschaftsverständnis, was man ja auch haben kann, zum Beispiel jeden, der sprechen kann, gleich für einen Sprachwissenschaftler oder jeden, der lesen kann, gleich für einen Literaturwissenschaftler. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit, die Sie sogar meinen Erwägungen und Erörterungen geschenkt haben und hoffe, dass Sie nicht oder vielleicht ja doch mit Pythagoras gedacht haben, man sollte schweigen oder Dinge sagen, die noch besser sind als schweigen und überlasse in ein paar Sekunden für Letzteres unseren vortragenden Gästen das Pult, vorher aber dann doch noch ein paar kleine Bemerkungen, wie schon, wie ich finde, die beiden Grußworte zeigen und zeigten, über die man schon diskutieren könnte, vielleicht sogar müsste. Noch einmal also Dank an Sie, Frau Kreuz-Gers und Herrn Prorektor Krämer, soll und wird dies keine getragene Feier sein, bei der nur noch die Orgelmusik fehlt. Die sieben Vorträge, die jetzt folgen, natürlich nicht in a row, also nicht alle auf einmal und hintereinander weg, entlang der drei Schwerpunkte des ZEM sind sozusagen zur Diskussion freigegeben. Das heißt, 30 Minuten Vortrag, 15 Minuten Diskussion, das ist die Idee. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Anwesenheit und jetzt geht es richtig los. Dankeschön. Applaus що Vad